Wir stehen hier gerade vor dem Pavillon von Wilhelm VI., Fünfter, Vierter, Prinz of Wales, Edward IV., aber ist egal. Scheiße, aber Edward, die heißen alle Edward. Nein, nein, das stimmt nicht. Der heißt Prinz of Wales auf jeden Fall. Und der hat so einen türkischen Bazar, glaube ich, zum Pavillon gemacht. Das ist brutal. Das ist nur ein kleiner Teil. Man sieht jetzt nur so kleine Stückchen davon, aber geil.